Willkommen bei Profischnack.de im Schneppchenkeller in Empfingen. Hier habe ich eine ganz tolle Garnitur für Sie und zwar das Modell 170-70 von Willi Schillig für Musterring. Als dreiste heilige Ecke in einem ganz hochwertigen Stoff, nämlich einem Q2-Spitzenstoff W778 Dark Blue. Nun, was lässt sich sagen? Toller Sitzkomfort, Federkern im Sitz, Nossack-Unterfederung, genügend Körperunterstützung, sehr gut. Ecke, die fast gleichschenklich ist, Sie brauchen auf der einen Seite 2,45 Meter, das ist die kurze Seite, die lange Seite 2,86 Meter. Armteilkissen habe ich eins, optional 39 Euro, macht das ganze Ding natürlich noch bequemer. Kopfstützen haben wir zwei, hier mit Verstellmöglichkeit, eine schmale und eine etwas breitere. Die schmale kostet 66 Euro, die gleichbreite kostet auch 66 Euro. Und die Garnitur in diesem tollen, pflegelechten Kunstfasenstoff Q2, googeln Sie mal Q2 Rohleder, da kriegen Sie alles raus, Rotweinflecken, Nutellaflecken, Fleckenflecken. Das ist was für eine Familie, die gut sitzen will, die viel Platz haben will, die einmal lügeln will, einmal liegen will und die sparen will. 1.590 Euro, weniger als die Hefte, als bei Musterink. Im Schwäbischen würden wir wie sagen, aber Deutsch heißt als, also als bei Musterink. Zubehör kommt dazu, Lieferung 199 Euro, zwei Mann bis ins Wohnzimmer. Sohlele, jetztetle heißt es, zuschneppele. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Garnitur schnappen, weil dann haben Sie sehr viele Jahre, sehr gute Qualität. Oder kommen Sie nach Empfingen, dann zeige ich es Ihnen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.